Die dümmsten und nervigsten Werbung, die leider jeder kennt. Indeed. Yo, ich bin Ingrid und ich erklär heute Indeed. Ja, man. Auf Indeed findet ihr richtig viele geile Jobs, alle. Sag mal, Ingrid, bist du eigentlich noch Single? Swapie. Du willst jetzt klimafreundlich sein, aber fährst in ein SUV, dann kauf jetzt mal Swapie. Kannst du dir ganz viele Handys kaufen und die sind auch gar nicht überteuert oder so? Die haben mittlerweile sogar schon eine Werbung in ASMR. Au, Mö Max. Hallo, ich bin's der Hausgeist Mö von Mö Max. Ich kann nicht mehr.